An diesem wunderschönen freien Tag nimmt sich unser Ernst mal eine Auszeit. Na nun, Seifenblasen? Jeder kennt sie. Jeder würde sich nun fragen, woher kommen sie? Aber unser Ernst fragt sich eher, hm, warum ist die Seifenblase eigentlich rund? Und dahinter steckt, das kennt jetzt vermutlich nicht jeder, die Variationsrechnung. Bekannter als diese ist die Differentialrechnung. Lassen wir nun einmal unseren Ernst einen Hügel herunterlaufen. Er bewegt sich nun mit einer negativen Höhenänderungsrate. Legen wir eine Tangente an die Bewegung, ist diese nicht waagrecht. Das heißt, er befindet sich nicht im Tal. Unser Ernst hat nun einen Stock gefunden. Diesen kann er nun wunderbar als Tangente verwenden. Die Tangente ist nun waagrecht im Minimum. Im Tal, also im Minimum, bewegt er sich bei genügend kleinen Schritten nur in die horizontale Richtung, aber nicht in die vertikale. Die Tangente ist nun waagrecht im Minimum. Und mit diesen lustigen Formeln hier können wir das nun mathematisch ausdrücken. Man setzt nun die Ableitung gleich 0 und löst diese Gleichung nach x auf. Und dieses schöne x ist dann gerade die Stelle des Minimums. Aber das kenne ich doch schon alles. Richtig Ernst, das funktioniert aber nicht immer. Deshalb zeige ich dir nun die Variationsrechnung. Die Seifenblase ist rund, weil die Kugel die kleinste Oberfläche hat. Das gilt für viele Naturgesetze. Das Problem ist nur, wie finden wir ein Minimum. Stellen wir unseren Ernst nun auf den Hügel, so lassen wir ihn diesmal vor und zurück schauen. Er sieht nun, in der einen Richtung geht es nach unten, in der anderen geht es nach oben. Schaut sich Ernst nun aber im Tal um, so geht es in beide Richtungen nur nach oben. Das können wir uns nun auch nochmal als Formel anschauen. Das Wesentliche hierbei ist, dass die Ordnung in Linearen Epsilon verschwindet. Das ist das gleiche, wie wenn unser Ernst feststellt, dass es in beide Richtungen nur nach oben gehen kann. Lösen wir nun die Gleichung, erhalten wir das gleiche Ergebnis wie vorhin. Hm, wenn das so ein wichtiges Naturgesetz ist, dann muss das doch auch noch woanders Anwendung finden, oder? Genau Ernst, zum Beispiel bei der Lichtbrechung geht es auch um Minimierung. Dort ist es so, dass sich das Licht die kürzeste Laufzeit wählt. Auch bekannt als das Fermatische Prinzip. Das ist allerdings nicht der kürzeste Weg. In der Luft bewegt sich das Licht nämlich schneller als im Wasser. Deswegen läuft der Lichtstrahl nämlich einen Umweg und macht einen Knick. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Nun hätte ich aber eine Frage. Woher kommen eigentlich diese Seifenblasen? Äh... pointed out Ich halte mir immer her, Untertitelung des ZDF für funk, 2017